Are you girls? Hier? Ja, weil wir auch Girls Club heißen. Achso. Ja, hättest du mal antworten müssen. Boah, fuck. Der liegt, der liegt, der liegt, der liegt. Ich glaub nicht, wenn der Abdullah heißt. Joa, ist egal. Vielleicht darf man in seinen gesellschaftlichen Zwecken als Frau keine Videogames spielen und deswegen heißt der Abdullah auch nicht bestraft zu werden. Alter. Genau so ist das in Saudi-Arabien. Ja, so ist das. In Saudi-Arabien gibt's eigentlich keine Frauen, die sind alle so maskulin und dominant. Das heißt, die sind alle schwulen, ficken sich den Arsch, ne? Ja, genau, so maskulin sind die. Boah, komm, der liegt da für dich? Ja, ich war beim Umdrehen noch. Hey, keine Ahnung, ob ich so gehässig bin. Gegen Arabia. Ich bin zu. Arabia vor allem. Arabica. Ja, auf Kaffee-Plantagen kann man die Leute einsetzen. Hast du damit gerechnet, dass ich den halt? Ähm, ich hab gejoggt einfach nur. Achtung, die fahren spät. Ja, weil er geschrieben hat, der Bobo. Das war mein Vor. Kommt der jetzt zu uns? Ja. Alter, Kontrollierbarkeit nicht gegeben. Ich glaub, die spielen jetzt richtig angespannt, weil wir etwa die Deckmüse Mädels. Ja, wenn die irgendwas doos machen, musst du halt sagen, to impress me. Sample Text. Wie warst du? Keine Ahnung. Kannst du was ausdenken? Ähm, mir 10.000 Bitcoin überweisen. Einer reicht auch. Einer reicht auch, dass mir 10.000 Euro oder mehr sind sogar mit dabei. Sample Text, weißt du. To impress me. Sample Text. Ja. Ah, fuck. Oh. Hm.